Der will dich ficken. Er rennt so 30 Stunden auf mich zu, einmal tritt ins Gesicht und aufstecht, oder? Warte, da brauche ich jemand Hilfe. Wir müssen einfach wieder nach Hause, wenn du... Wir fahren nach der Lifecar Tower, wenn etwas in front der Fahrt rief. John lost control und wir bräuchten. Easy. Easy win. Ich muss eh gedrückt halten! Wie ist das da? Du hältst einfach so deine Hand in die Luft vor die Tür hin. Warum ist mein Spiel nicht mehr im Vollbild? Warte, ich muss mal kurz das Vollbild machen. Warte, ich muss mal kurz das Vollbild machen. Da gibt es ja! Hallo! Hey! Ja, ich glaube da ist ein Boss drin. Ach, keinen Bock rein zu sein. Oh! Boah! Bring in the wood! Bring in the wood! Wir kommen jetzt da rein! Ich glaube... Au! Au! Oh, ich muss treten! Oh, ich weiß nicht wie es geht! Ich mach einfach hoch runter, hoch runter! Oh ja! Sorry! Oh, ich weiß nicht wie es geht! Hoch runter, hoch runter! Hey, das sieht am Boss aus! Ja! Mach mal! Werf, werf, werf! Boah! 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 Der ist aus Südafrika geflogen, ja! Ich glaube, der ist noch einer! Ey! Oh! Der hat ne Waffe für mich! 150, ich benötige Stufe 11! Dann kann ich meine Raserei aktivieren! Meine Fähigkeit! Y! Ah! Ah! Was, der ist tot?! Ich seh alle Zong jetzt! Ja, komm her! Oh fuck! Nein, 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 nein! Jetzt ist sie tot! Deaktiviert worden! Scheiße! Alter! Du aktivierst deine Raserei und schlägst denn einfach richtig über die Bauer rüber! Einfach one hit! Das war cool, weil ich konnte alle Zombies sehen! Das ist nicht tot! Das ist nicht tot! Aber gleich wieder! Weiße! Das ist nichts! Ja! Geht zu gut! Geht zu gut! Ja! Na ja! Ich habe einen Zombie gerade dreimal gedreht und einen Kopf abgehackt! Einfach! Champagne! Champagne! Give it to me, baby! You like Stati! Okay, baby! We're going to party! Now find me some Champagne! Oh! Champagne! Champagne! Give it to me, baby! Oh! Champagne! Champagne! Give it to me, baby! Oh! Champagne! Champagne! Give it to me, baby! Ah! Hey! Hey! Okay! Good! Hei- 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 gl explained! Hei- Seidig! Hei- Thank you! would be theң number Ich krieg die ganze Zeit aus Nix mehr. Echt? Ja. Ich kann es nicht mehr machen. Du hast keinen mehr. Ach so. Scheiße. Ich habe auch keinen mehr. Ja, ich kann dich ja noch entscheiden. Wenn du mitspielen willst, dann kommst du halt einfach in meinen Channel hoch. Mann. Mann. Weißt du, wie viele Verzecke da drüben waren? Der eine hat mir erst mal ein Messer ins Gesicht geworfen, der andere ist explodiert und alles. Ich habe es gehört, also was explodiert. Alter. Ist jetzt gar nicht gut. Oh mein Gott. Noch mehr. Hinter uns. Oh mein Gott. Nee, kein Bock. Oh. Der Boss ist tot, aber das sind 10.000 Viecher drin. Oh. Warte doch aus. Alter von. Ah. Von jeder Seite. Junge. Nein. 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 Oh, geköpft. Noch ein Boss. ich bin ja nicht tot ich auch und noch mehr ich auch ich glaube wir spawnen natürlich viel, wir gehen oh nein, noch mehr eil, hinter mir ich bin tot und wir sind ein Ziegelstein runter ne doch nicht, ich bin nur umgefallen ich bin nicht dort, ich bin nur umgefallen oh du hast abgelenkt, guck gemacht ich habe mir hier was gemacht da hast du auch einen Ziegelstein runtergeworfen ach so hier sind noch mehr halt, die verfolgen mich also oh es sind hier so viele okay, ich bin beim Leiterklettern gestorben okay, ich bin beim Leiterklettern gestorben oh mein Gott, die verrückte Frau kommt ah ich habe keine Waffen mehr nur noch eine Axt, die kaputt ist und eine Waffen ah oh 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 ich verfolgen zehn Leute mit dem Messer und eine Frau die hinterher rennt oh 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 ich bin tot äh scheiße Alter was ist das was was durchrennen keinen Bock auf den gerade aber finde ich auch gut, dass man die nicht umbringen muss man kann so spielen, weil ja ah months für das ist das einfach die 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 Ach, wir müssen wieder fahren. Es ist hier hock sich ein und wir müssen fahren. Jetzt? Dreht! Oh, ich habe 550 Spiele bekommen, weil ich sie gedreht habe. Natürlich. Ich habe keine guten Nachrichten. Du starrst einfach so richtig in die Luft, Alter. Du bist so wick. 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 Du siehst mir auch, ey! We haven't heard from them for 2 days. So your our last hope. We need to find them. We need to pray that he's still alive. Because he's the only one that can get that hotel antenna up and run in. Na, hinterwick sich um. Der Hüt sich im Kreis, bitte. Er schult von dir weg. Nene, du fährst, mein Freund. Soll. ganz in den Händen ich auch nicht aus dem jährigen zu tun wenigstens das sind die Anfassung Leggo! jetzt ist es gut jetzt gern wenn sie uns angeschaut haben und dann angestiegen sind soll ich doch reinfahren ja aber warum ist jetzt ausgestiegen jetzt ist es wieder weg so was ist das was ist das das ist gar nicht so gut das sieht aus wie schnell sie so h 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 à h Und die Kameras sind immer weiter reich. Einfach einen Kilometer zurück. Der Sound. Hast du den auch gehört? Ja. Vollgas der Gegend. Der ist echt metallisch. Alter, das Kindzeichen. Bau. Ja. Ja. Du musst jemanden aus dem O.P.'s Klan finden, jemanden, der keinen Kontakt mit den Infectanten hat und bekommt den Händen von ihrem Blut oder Tisschen. Vor allem hier auch, der redet eine Stunde und ich, yes. Ich weiß nicht, ob jemand meiner das sogar existiert. Alles klar, dann. Jetzt musst du nur jemanden aus dem O.P.'s Klan finden. Wo geht er hin? Wo geht er hin? Er hat sich einfach umgedreht und ist gegangen. Ja, jetzt kommt er wieder. Ist er dumm? Jo, oh, oh! Was ist passiert? Hey, guck mal! Hier, eine Deo-Bombe, krank! Oh, oh! Juhu! Hier hat mich auch weggeballert. Fünftausend Schalen. Ganz gut eigentlich. Alter, das wird mich auch weggeballert. Ja, halt, ich glaube ich fest, dass du eine Chessgranate hast. Okay, lauf einfach an hier vor. Das kann ich auch. Und gut noch mal. Hallo? Fall um! Oh Mann, bleibt das Spiel. Glaubst du, bringt dir einen Vater um? Oh, der stirbt. Oh, der weidet. Oh, der stirbt. Oh, der weidet. Ok. Und der eine denkt sich immer so... Das ist richtig moriert, Alter! Ich rieche mal wieder rein! Ich rieche mal wieder rein! Ich rieche mal wieder rein! Ich dachte du hast das Schiff repariert! Ja, knapp! So, ich rieche mal erst mal! Der ist zum Weed, Alter! Ah, der ist hier! Der raucht dann echt wo jetzt! Guck mal! Will ich schnell reisen?